Jetzt gehören mir die Vögel gut. Wir haben den 31.12.2021, obwohl man hier im Hintergrund ein bisschen Lärm macht. Da denke ich, dass ich den Weg hierher finde. Jetzt gehören wir sie wieder gut. Da oben sind wir. Jetzt gehören wir unsquit. Jetzt gehören wir unsquit. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Also man sieht auch bei den Sommervideos, wenn ich zum Beispiel oft an dem gleichen Ort und jetzt sind am Anfang sehr viele Vögel und nachher auch wenn es Lärm hatte, wenn es den ganzen Tag lang, mehrere Tage hintereinander so Lärm hatte, dann sind Vögel trotzdem gekommen, also die kommen immer und im Frühling wird man sicher wieder mehr sehen oder mehr hören. Ja, es ist ein Kürger, das ist ein Kürger, das ist ein Kürger. Also ich bin da beim Sonnenplatz in Nämme. Jedes Mal wenn ich da hineinkomme, ein Kürs. Das ist ein Kürger, das ist ein Kürger. Das ist ein Kürger. Untertitelung des ZDF, 2020